So Leute, nochmal wieder ein kleines Infovideo. Und zwar, ähm, muss ich leider die Hunger Games für den Samstag absagen. Das ist die erste Info. Die zweite Info, ähm, warum ich das absagen muss und warum, da wahrscheinlich nächstes Wochenende und die nächsten Tage kein Video kommen wird. Ich find's auch ein bisschen schade. Eigentlich könnte ich jetzt noch ein paar Videos aufnehmen, aber ich hab wirklich grad... Ich weiß auch nicht, irgendwie klappt das Ganze nicht so. Also ich muss ja auch in Pokémon Platin, muss ich jetzt zum Beispiel ziemlich viel trainieren. Und irgendwie auf Sonic Unleashed hab ich grad weniger Lust, auch wenn da grad der, äh, Boss bevorsteht. Ähm, naja, auf jeden Fall, ja, warum ich nicht kann. Und zwar, äh, es ist ja das Pfingstwochenende, also etwas länger und normal, unter normalen Umständen hätte ich vielleicht sogar gesagt, nee, komm, fahrt ohne mich, aber... Wir fahren halt, ähm, zu meinen, äh, Großeltern. Und zwar, äh, ist meine Oma krank, die liegt im Krankenhaus. Und da möchte ich schon ganz gern mit. Und, ja, der geht's halt wirklich nicht besonders gut. Da muss ich auf jeden Fall dabei sein. Und ich bin auch gern dabei und ich hoffe, ihr habt dafür Verständnis. Also, ja. Das wär's dann und, ja, ciao.